Ich kann mir nicht vorstellen, warte mal, ich hole mir nochmal die, alte Ruinen, was ist das denn, Maskentempel? Hier wird mir nichts angezeigt. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Ich kann nichts gegen ihn ausrichten. Hier ist halt auch noch was. Aber wie gesagt, ich kann ja nichts gegen ihn ausrichten. Das würde ja keinen Sinn machen. Das ist ja nur Ressourcenverschwendung. Jetzt gehe ich nochmal zurück. Echt! Ich habe bald keine Pfeile mehr. Oh, hier ist ein Ding. Oh, hier ist ein Ding. Grüß dich. Oh, eine Kiste. Sehr schön. Eine Muschel! Nice. Okay. 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 Ich glaube, das reicht. Ja, zehn Pfeile dann. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Schnitt. So. So, ich wollte dann da mal gucken. Ich bin vorhin dann vorbeigelaufen, aber habe natürlich nicht weiter nachgeschaut, was hier ist. Nee, nee, Freundchen, du nähst nicht. So, hier sind... Okay. Ja, nochmal zwei Starten, toll. Ich habe auch vom Neur Leben. Okay, hier geht es nochmal rein. Okay. So, okay. Hier geht es mal hoch. So, da ist ein Schlüsselloch. Ich habe ja keinen Schlüssel. Was ist ein Schlüsselloch? Da oben rechts ist noch ein Dings. Okay. Da drüben ist noch so ein Dings in der Wand. Gucke ich mir auch nochmal kurz an. So, da drüben ist noch eine Bombe. So. Beams. Da drüben, da drüben. Okay. Okay. So, jetzt habe ich den... Ich glaube, ich habe jetzt den Eingang gefunden. Die Frage ist trotzdem weiterhin, wo ich den Schlüssel herkriege. So, kann ich mit denen hier irgendwas machen? Ich kann die nicht verschieben. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Wo funktioniert das jetzt hier? Dann verstehe ich tatsächlich das Lied nicht. Okay. Okay, in keiner Position her. Funktioniert das? Okay. Okay. Ähm... Hm. Au. Aua. So, hier ist nichts. Hm. Die Suche geht weiter. Ich werde mir einfach mal alles zerstören. Ja, aber der Eule war ich ja auch schon. So, hier ist auch nichts. Okay. Und die Spawner noch nicht wieder. Und die Spawner noch nicht wieder. Ja, Moment, die habe ich ja schon erledigt. Ich bin komplett ratlos. Also, komm mal auf die Karte. So, das habe ich jetzt hier komplett einmal abgegrasen. Hier ist nichts weiter. Hier ist nichts in der Höhle, ist nichts. Aber der Schlüssel muss ja hier in der Nähe sein. Und hier war auch nix. Ich stehe komplett auf dem Schlauch, Leute. Ich stehe komplett auf dem Schlauch. Ich stehe komplett auf dem Schlauch. Okay. Wow. Manchmal hasse ich Spiele, ne? Ich hab grad mal nachgeguckt, wo Redenmasken-Schlüssel ist. Und ich bin ehrlich, gut, dass ich nachgeguckt habe, weil ich hätte es nie nochmal ausprobiert. Hätte ich wirklich nicht. Ich muss tatsächlich gegen diesen Boss kämpfen. Aber wer kommt bitte auf die Idee? So, Leute. Und zwar man kann ihn nur mit Wirbelangriffen schaden. Wer kommt bitte auf sowas? Er muss natürlich auch noch treffen. Leute, wer kommt auf sowas? Mal wirklich. So, da ist er. Der Maskenschlüssel. Ach ja. Meine Nerven. Oh. Mal wieder das hier nutzen. So. Ansehen. Oh, Eiland Kukulint, bist du nur eine Illusion. Bewohner, Monster, Meer, Himmel sind nur ein Traum des Windfisches. Wächst du den Träumenden, so wird sich diese Insel in Luft auflösen, wie eine Seifenblase zerplatzen. Was? Alles nur eine Illusion? Okay, Freunde. Die Fälle kann ich jetzt nicht farben, zufällig, ne? Ah ja, die Eule. Okay. Uh, du hast das Bild gesehen. Natürlich weiß man nicht genau, ob Kukulint tatsächlich nur ein Traum des Windfisches ist. Leider weiß man immer erst nach dem Aufwachen, dass der Traum nur ein Traum gewesen ist. Im Moment kennt die Wahrheit nur der Windfisch. Vertraue deinem Gefühl. Irgendwann wirst du die Antwort wissen. Uhu. Diese Eule, ne? Mal kurz probieren. Aha. Oh, warte. Ein Pfeil verschwendet. Oha. Hört doch auf, Mensch, mit so einem Blödsinn. Ja, ja. 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 So. Freunde der Nacht. Oder so. Auf geht's. In den Maskentempel. Auf geht's. In den Maskentempel. Yeah, yeah. Zack. Zack. So. Kitsching. Ah. So, der Masken-Tempel. Oh Gott. Ich gehe einfach weiter. So. Ah, wieder der. Heben. Das geht nicht. Okay. Okay, ich bekomme Bomben hier. Alles klar. Ah ja. Ähm, Zauberpulver. So, nur. Ah ja. Okay. Verstehe. Oh. Ach ja, ich kann ja gar nicht springen. So. Au. Hallo. Gut. Die sind komisch, die Dinger. Ja, das ist natürlich blöd. Gut, also geht's hier, äh, aktuell noch nicht lang. Schade. Schade. Vielleicht hier oben. Oh, da sind zwei Schachfiguren. Okay, hier kann ich auch noch nichts machen. So. Okay, das geht. Okay. Kann ich die mit den Pfeilen kaputt machen? Oh ja, das geht. Okay. Hab ich verstanden. Hm. Eine Vase. So komme ich da jetzt nicht hin. So. Okay. Okay, jetzt bin ich hier. 50 Urbine. Toll. Ach ja, die Fliesen. Die habe ich ja jetzt schon letztens bei Ocarina of Time gesehen. Okay, ich musste nur überleben. Das ist überschaubar. Okay, ich habe hier wirklich... Ich habe keine Ahnung. Was soll ich tun? Also, ich komme nur hier lang. Ich komme nur hier lang. Kann ich den Schalter eigentlich mit einer Bombe... Ähm... Ähm... Geht das? Ah, tatsächlich. Gut. Das geht. Geht. Oh. Wollte ich nicht. Sorry. Einmal das und einmal das. Wow. Ach so, bringt ja, glaube ich, eh nichts gerade, weil ich komme ja eh nicht an den Schalter ran. So, nicht alles zerstören, weil da oben ist ein Vasen-Einbol. Aber zumindest einmal noch. Okay. So. So, hier kann ich nichts machen. Gut. Keine Ruhe. Okay, da kommt was. Immerhin. Immerhin habe ich jetzt den Kompass gefunden. Und ich kann einmal den aktivieren. So. Oh, wow. Hey. Hey. So. Okay, Schlüssel. Das ist gut. Jetzt komme ich zurück. Achso, apropos.